Die Verbrechen waren brutal. Da draußen ist ein Verrückter, der geht es. Schluss mit den Unverschämtheiten. Die Nation war schockiert. Sie sollen jeden ansprechen, der mit einem Kind oder einer jungen Frau spricht. Verstanden? Ja, das ist ein General. Aber in der Sowjetunion... Wir haben es mit einem Serienmörder zu tun. Wir haben keine Serienmörder in der Sowjetunion. ...kann die Wahrheit begraben werden. Ich habe einen Verdächtigen. Ist Ihnen klar, dass Ihr Gefangener ein Mitglied der kommunistischen Partei ist? Und ein Wahnsinniger als Mörder davonkommt. Er sucht sich seine Opfer am Bahnhof. Lassen Sie ihn laufen. Wir müssen dieses Monster fangen. Sie und ich. Sie wollen das mir zuschieben. Jetzt muss ein Mann handeln. Und wenn ich versage, habe ich das Ganze allein auszubaden. Gegen die Regeln. Sie wollen doch nur Ihre Vorgesetzten glücklich machen. Gegen die Übermacht. Ersetzen Sie ihn. Nein. Gegen die Zeit. Ich werde versuchen zu helfen. Wenn wir versagen, dann nicht, weil wir etwas übersehen haben. Um das Morden zu beenden. Ich will 200 Soldaten, die diesen Wald in einer Stunde durchsuchen. Muss er das System brechen. Ihre Tochter ist amordnet worden. Ein Mann ist das, wofür er kämpft. Stephen Ray. Donald Sutherland. Max von Sydow. Citizen X. Eine wahre Geschichte. Unglaublich. Die 2. Die 2. Die 3. 2. 2.